Die Wintertransfers des VfL Bochum. Erstmal die Zugänge mit Proschinski von der zweiten Mannschaft von Dortmund, Schlotterbeck von Freiburg, Koundé von Pireos. Abgänge, da haben wir dann Bonga, Horn, Musse und Oermann. Insgesamt die Zugänge kosten 135.000 Euro sicher und die Abgänge haben erstmal nichts eingespielt, damit haben wir einen Transferminus von 135.000 Euro. Insgesamt finde ich trotzdem ein gutes Transfer, das hat zwei Plus für mich für Bochum. Was denkt ihr?